Ja, liebe Zuschauer, falls Sie immer noch zu den reißwerfenden Rocky Horror Picture Show Fans gehören, dann gehört das vielleicht ab heute Abend der Vergangenheit an. Für das nachfolgende Ereignis brauchen Sie ein bisschen mehr Equipment. Geworfen wird zum Beispiel mit Marshmallows. Außerdem brauchen Sie natürlich ein paar technische Effekte und pro Person eine Tasse dieses herrlichen Qualitätsschleims. Für einen ganzen Ghostbusters-Film bräuchten Sie dann übrigens 40.000 Liter von dieser hervorragenden Masse oder den Gegenwert von 80.000 bis 100.000 Portionen Marshmallows. Ja, und von den technischen Effekten natürlich ganz zu schweigen. So, aber jetzt dürfen Sie die Record-Taste an Ihrem Videorekorder drücken. Es geht los. Hier sind die Ghostbusters. Viel Spaß. 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 Hier sind die Ghostbusters.